Aufmerksames, vorausschauendes Fahren. So soll es sein. Zu jeder Tageszeit. Doch was, wenn das Fahrzeug plötzlich führerlos wird? Dann hilft der Nothalteassistent. Der Nothalteassistent ist ein System, das in dem Fall, dass der Fahrer zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen plötzlich nicht mehr in der Lage ist, sein Fahrzeug selbst zu führen, die Kontrolle über das Fahrzeug übernimmt und das Fahrzeug sicher zum Stehen bringt. Eine neuartige Sensorentechnik erfasst, wenn der Fahrer nicht mehr eigenständig das Fahrzeug steuern kann. Das Ganze läuft so ab. Sobald detektiert ist, dass der Fahrer ein medizinisches Problem hat und nicht mehr selbst fahren kann, übernimmt das System die Längs- und Querregelung, stabilisiert erstmal das Fahrzeug, reduziert die Geschwindigkeit, alles noch in der eigenen Spur. Wenn wir auf der linken Spur sind, wird gewartet, bis man nach rechts die Spur wechseln kann. Anschließend wechselt man noch auf den Standstreifen und hält dort sicher an. Gleichzeitig setzt man einen Notruf ab, einen elektronischen Notruf, der die Rettungskräfte alarmiert, dass die diese Anhaltestelle auch möglichst schnell erreichen können und dem Fahrer Hilfe leisten können. Eine Innovation mit Weitsicht. Schon bald gehört der Nothalteassistent zur BMW-Serienausstattung. A Minute. Untertitelung des ZDF, 2020